Woche 19 Konzeptionelle Flexibilität Ein Saragrahi-Vaishnava, in Klammer Essenzsucher der Wahrheit, ist nicht verwirrt oder angehaftet an einer bestimmten Theorie oder religiösen Doktrin. Denn Gott ist immer mehr als alles, immer der gänzlich andere. Derjenige, der alle Widersprüchlichkeiten in sich zu vereinen mag. So gerät er nicht in Schwierigkeiten, in seinem Vertrauen und in seinem Glauben, in Klammer der Art, die Welt zu betrachten, wenn er auf widersprüchliche Aussagen stößt. Er vereint die beiden Randpositionen. Einerseits lässt er alle Zweifel zu und andererseits kann er noch immer tief an Gott glauben. Dieser Wahrheitssucher erblickt essentielle Wahrheit auch in Traditionen außerhalb der eigenen. Wenn eine suchende Seele sich nicht mehr stören lässt durch Unterschiedlichkeiten und Widersprüche an der Oberfläche, vermag sie die wirkliche Essenz der Gotteszuwendung wahrzunehmen, die nicht mehr konfessionelle Art ist und sich nicht mehr über Äußerlichkeiten wie einer Gruppenzugehörigkeit definiert. In der Krishna Samita schreibt Bhaktvinod Thakur, Die Regeln und Regulierungen, die man durch die Schülernachfolge erhalten hat, betreffend Sadhana und Sadhya, verändern sich im Laufe der Zeit gemäß der Mentalität und Örtlichkeit der Menschen. Eine Regel, die in einer Gemeinschaft befolgt wird, mag von einer anderen Gesellschaft nicht unbedingt akzeptiert werden. Deswegen ist die eine Gemeinschaft von einer anderen verschieden. Aber in fortgeschrittenen Seelen existiert keine Spur von Sektiratum, in Klammer der Mentalität der Abtrennung. Der buddhistische Lehrer, Trunkpa Rinpoche, hatte seine eigene Art und Weise, seine Schüler in dieser Flexibilität zu trainieren. Er ließ sie bestimmte Gesänge auswendig lernen und ein paar Monate später, nachdem die meisten die Texte ähnlich konnten, wechselte er sie. Er lehrte spezifische Rituale, deren Einzelheiten man äußerst präzise einzuhalten hatte. Als die Schüler dann anfingen, diejenigen zu kritisieren, die es falsch machten, lehrte er die Rituale plötzlich ganz anders. Die Anleitungsbücher waren bereits wieder überholt, noch bevor sie vom Drucker kamen. Wie kostbar ist diese konzeptionelle Flexibilität? Sie ist die Kraft, das Augenmerk immer auf die Essenz gerichtet zu halten und nicht an den Ablagerungen zu hängen, die in der Übertragung des Heiligen über die Zeit hinweg natürlicherweise auch daran kleben. In seiner Abhandlung zum Srimad Bhagavatam, der Bhagavat, schrieb Bhaktivinod Thakur bereits 1859. Höre nie auf zu zweifeln und weiter zu fragen. Natürlich ist Gott nicht beleidigt oder gekränkt dadurch. Vielmehr sind sie Anzeichen eines richtigen Suchenden. Freiheit ist das Prinzip, das wir als wertvollstes Geschenk Gottes betrachten. Wir müssen uns nicht leiten lassen von denjenigen, die lange Zeit vor uns gelebt und gedacht haben. Es braucht eigenständiges Denken und die Offenheit, Aspekte der Wahrheit zu entdecken, die noch nicht entdeckt sind und momentan für einen noch im Verborgenen liegen. Innerhalb dieser Welt gibt es die verschiedensten Weltanschauungen. Die Seele, die sich nach effektiver Transzendenz sehnt, ist aufgefordert, sich der ungeheuren Vielfalt von Perspektiven zu stellen, ohne dabei irritiert zu werden. Es ist praktisch eine Offenheit auf 360 Grad nach allen Seiten hin. Aus dieser Konfrontation, frei von Angst, etwas zu verlieren, was einem lieb war, kann Gott einen erst weiterführen. Denn sonst liegt man dem Betrug der Überseele auf, den Krishna in der Bhagavad Gita 7.21 beschreibt. Das abgeschlossene, sakrosankte Weltbild ist die Perspektive der Verhaftung und nicht im Geiste der Wahrheitssuche. In der Haltung der konzeptionellen Flexibilität und der Bereitschaft, alles Bisherige und Angewöhnte vollständig zu hinterfragen, braucht einem Krishna nicht einfach nur das unsichere Gemüt zu stabilisieren, sondern darf nun wahrhaft intervenieren und einen in seinem Sinne weiterführen. Das eigene Verständnis von Religion ist fehleranfällig und dadurch immer auch korrigierbar und erweiterbar. Auch das Verständnis des Heiligen ist durch das eigene begrenzte Erkennungsvermögen limitiert. Es sind ja tausende alte Strukturen, welche die eigenen Denkstränge in ihren Bahnen halten. Deshalb bedarf es der radikalen Forschung und Weitersuche. Gottsuche bedeutet, dem Wahren verpflichtet zu sein. Wenn man an ein unfassenderes Gottverständnis hingelangt, verbleibt man nicht im Angewohnten, sondern folgt dieser neuen Fährte. Das impliziert, dass man den inneren Radar auf Aufnahme stellt und sich auf religiöse Begegnungen mit anderen einlässt. Soll die Begegnung eine echte religiöse sein, muss sie vor allem der Wahrheit treu und für die Wirklichkeit offen bleiben. Die echte religiöse Geisteshaltung weiß sich nicht nur der Vergangenheit verpflichtet, in Klammer der eigenen Tradition, sondern auch der Gegenwart, in Klammer der Weiterentwicklung des Glaubensinhaltes. Ein religiöser Mensch weiß nicht immer auf alles eine Antwort. Er bleibt immer auf der Suche. Ein Pilger, der seinen Weg zu finden hat, der auf keiner Karte verzeichnet ist. Die vor ihm liegende Spur ist noch jungfräulich und unberührt. Der religiöse Mensch erlebt jeden Augenblick als neu und ist umso mehr erfreut, wenn er darin, dass er regend schöne einer persönlichen Entdeckung und zugleich die Tiefen eines bleibenden Schatzes findet, den seine Glaubensvorfahren an ihn weitergegeben haben. Aber das Feld der religiösen Begegnung zu betreten, stellt immer ein Wagnis und eine Herausforderung dar. Der religiöse Mensch betritt eine Arena ohne Vorurteile und vorgefasste Konzepte. Er ist sich voll im Klaren darüber, dass er möglicherweise bestimmte Teile seines Glaubensbekenntnisses oder gar eine bestimmte Religion überhaupt aufgeben und verlieren wird. Er vertraut der Wahrheit vollkommen. Sie führt ihn weiter. Er geht unbewaffnet hinein, bereit, selber ein anderer zu werden. Vielleicht wird er seine bisherige Identifikation verlieren. Vielleicht wird er sein Leben verlieren. Vielleicht wird er auch neu geboren werden. Die Möglichkeit einer Bekehrung muss zugelassen werden. Und sie kann so tiefgreifend sein, dass die Überzeugungen und Bekenntnisse, an denen man bisher unter Umständen ein Leben lang festgehalten hat, sich vielleicht in Luft auflösen oder doch einem grundlegenden Wandel unterzogen werden. Das Unternehmen ist gefährlich und kaum jemand wäre dem gewachsen, wenn nicht aus dem Drang des Glaubens selbst heraus, der uns ermuntert, unser Leben furchtlos aufs Spiel zu setzen.